Hallo meine Lieben, zu einer weiteren Folge Tom Clane Sees The Division mit dem guten Tiger. Hallöchen, schönen Abend. Hi. Hallöchen, Tiger und ich, wir rennen heute Abend noch mal ein paar, ja, wöchentliche Tagesziele, weil ich meinen Wochenauftrag hier zu Ende bringen möchte. Ich habe nur noch drei von zehn Einsätzen offen. Genau. Und ja, wir rennen jetzt mal weiter. Ich spiele momentan gerade, um euch das noch mal kurz zu sagen, mit finale Maßnahme. Drei davon. Und ich suche noch das vierte, und zwar den Knieschoner, damit ich das vierte Ding davon freigeschaltet kriege, damit er nämlich Granaten und Mörser und so was einsammelt für mich. Jo. Aber wir legen jetzt erst mal los, gehen hier mal auf eine Runde, wa? Okay. Hier geht es darum, den Rikers den Kopf abzuhacken. Jut. Es gibt niemanden, der LeRae Barrett ersetzen kann. Sie hat die Flucht nach Manhattan organisiert. Sie halten drei meiner Leute fest. Ich höre Ihnen dankbar, wenn Sie sich helfen, bevor Sie da alles durchgehen lassen. Gut, holen Sie sie zuerst raus, aber gefährden Sie nicht die Mission. Wir sind hinter Ihnen. Der Ausbruch ist zu Ende. Ja, das sieht ja schon mal anders aus. Mehr sage ich dazu nicht. Nein, das dauert nicht. Oh Gott. Es reicht, wenn wir die Bilder im Kopf haben. Ja, genau. Oh Gott. Bedumpf. Irgendwelche letzten Worte? Oh, hier liegt ja Lulu-Drohnen. War hier was? War hier was? Weiß nicht. Weiß nicht. Feinde nähern sich hierher Position. Du feige Sau, du komm da raus. Versteckt sich hinter dem Stapel von Geiseln da hinten? Versteckt sich hinter dem Stapel von Geiseln da hinten? Okay. Jut, das wort. Achso, das ist dein Heilsack. Dein Heilsack. Jo. Also ich nehme mir jetzt nicht auf, ne? Warte. Weil du nimmst nicht auf. Achso. Achso, ja, ne. Achso, ja, ich nehme auf. Okay. Genau. Genau. Mal eine kleine Folge hochladen wieder. Meine andere Folge ist ja 50 Minuten lang, wo ich da mal den, äh, alleine auf, äh, schwer den, äh, sag schnell, die Generalversammlung gemacht hab, ey. Alter Verwalter. Mhm. Alter, das dauert doch lange, bis man da den Heli abgeschossen hat, ne? Ja, aber wenn du dann auch so blöd machst wie ich, ne, den Heli abzuschießen und zu glauben, dass du den selber abschießen kannst, ne, wie ich da so mal fröhlich durch die Gegend geeiert bin und dann so irgendwann festgestellt hab, ja, äh, machste vielleicht dann doch mal besser mit den, äh, Geschütztürmen, ne? Die hab ich nie benutzt. Echt nicht? Nö. Alter. Hab den Heli mal so abgeschossen. Hahaha. Hahaha. Na komm schon raus mit deinem Köpfchen. So, wunderbar. Boah, vielen Dank. Ich dachte, ich muss sterben. Wir haben mir mitgespielt. Wer heute und ihre Leute sind drin. Ja, aber Junge. Scheiße. Ich kann dir gerne eine Pizza bestellen. Hahaha. Kommen die hier jetzt raus, ne? Oder? Ja. Oha. Negativ. Wir machen das. Suchen Sie sich einen richtigen Ort und bleiben Sie da. Jo. Das ist eine Zieltasse. Warnung. Feinde nähern sich ihren Positionen. Wir sind da. 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 Quater Noster oder was? Ja, genau. So ähnlich. Okay, dann lass uns mal hier reingehen. Oh. Auffüllen. Ich hab hier schon mal einen Laden ausgeraubt. Ich hab hier schon mal einen Laden ausgeraubt. Ich hab hier schon mal einen Laden ausgeraubt, sagt er. Nichts. Wir sind da. Was ist Mikey? Kann ich das sein lauf for? Ein Film, ja? Das sir ist wichtig. Ich hab hier schon mal einenằnggen Анtern connectivity. Standort 아닙nia ist eine Infoklait. Sonnen Geld, das ist der slowdown. Wachung, Feinde näher sich hier in Positionen. BAM! oh du gott der arme kerl ist verbrannt ganz furchtbar verbrannt die haben hier ganz viele blue screens hier stimmt irgendwann nicht mit eurem system jungens ja lasst man fachmann so jetzt hinauf 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 wunderbar schöne scheiße sagt nach der ome ist der wei Was ist die kleine Misser? Warnung! Feinde nähern sich ihren Positionen! Na los, Arschloch! Mich kann schrauben! Aber jetzt haben wir alle! Oh! Warnung! 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 Da hinten ist noch irgendwo jemand! Ach, da unten! Ja, komm! Okay! Perfekt! Ja! Cool! Ich glaube, wir sind noch nicht mit denen fertig! Aber wenigstens können wir diese JTF-Leute wieder darauf antworten! Oh ja! Meine Leute müssen leben und da draußen für die gute Sache kämpfen! Wir können uns keine weiteren Verluste leisten! Ich schulde ihnen was, Agent! Spitzenjob! Okay, das Wort! Hier ist nix weiter, was ich irgendwie holen muss? Nee! Ach, Tür! Lass mich durch! Ich komm nicht durch die Tür! Du kriegst die Tür nicht zu! Sind wir fertig, oder was? Ja, ne? Ja, jetzt sind wir durch! Wir müssen nur aus der Zone raus! Damit man auch springen kann! Ja! Ja! Okay! Okay, cool! Dann werde ich mal eben kurz gucken! Eine neue Maske habe ich gekriegt! Eine taktische Maske! Gucke ich mir nachher an! 3,5 Prozent Trefferchance und Schaden gegen Elite! 11 Prozent! Das ist auch gar nicht so übel, ne? Oh! Hast du Warngard Kraftwerk heute schon gemacht? Warngate habe ich schon gemacht, ja! Okay! Und die Generalversammlung auch! Okay! Aber ich habe jetzt noch offen... Warte mal eben! Untergrund auf schwer? Warte mal! Warte mal! Für meinen Wocheneinsatz bräuchte ich jetzt noch zwei Haupteinsätze auf schwer mindestens! Okay! Und ähm... Was haben wir denn da? Dann lass uns doch die Generalversammlung machen auf schwer, weil dann habe ich den auch durch! Ja! Oder wir nehmen Warngate Kraftwerk, wie du möchtest! Ja, komm dann! Damit du... Also musst du beide noch machen? Ja! Ja! Ja, komm dann! Ähm... Ich weiß nicht, zählt das denn bei mir dann doppelt? Das weiß ich jetzt gar nicht! Achso! Ich muss anführen... Ich bin kein Anführer! Von daher musst du das machen! Wenn ich den nochmal mache, zählt das denn dann nochmal? Was geht denn schneller? Warngate oder ähm... General? Eigentlich General! General! Ja? Ja? Warte mal! Dann mache ich den nochmal auf Schwer-Generalversammlung! Und ähm... Ich höre, Dagger! Genau! Dann lass uns da mal hin blitzreisen! Dann machen wir den nochmal! Okay! So, das war jetzt 15 Minuten lang unsere kleine Runde hier! Ja! Das war schon ganz schön! Ich mache dann hier mal kurz eine kleine Aufnahmepause und dann gehen wir in die Generalversammlung, meine Lieben! Und dann sehen wir uns da wieder! Ciao, Ikovski! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!